oh mein gott einen wunderschönen guten tag meine liebe youtube gemeinde ich bin euer zocki und ich heiße ich recht herzlich willkommen zurück zu land of pain super was ist da ein unbekannter ort was war dieses unheimliche kugelförmige objekt keine ahnung mein link ist ein ne spaß keine ahnung wie war das nochmal verschlossen super super so die aufnahme soll diesmal nicht ruckeln denn ich nehme dann anderen programm ab dann zieht das so kann ich dorthin vielleicht stromkasten öffnen nein kann ich nicht okay das ist ein bisschen blöd der regen ist ein bisschen komischer bin ich immer noch der coole nein ich habe keinen schatten mehr ich habe gesagt wird wird die chatteln da jetzt durch meine ich meine der wald der wald ist ja schön aber hey im regen spazieren gehen das ist noch kein spaß glaubt es mal terz der der die die erst muss ich eigentlich ich sah ein helles weißes licht und die welt immer verzerrt ist okay gut unbeschreibliche angst das gefühl mein körper zu verlassen meine angst so stark dass man dass ich meine augen öffnet befand ich mich in einem käfig an einem ort glücklicherweise konnte ich fliehen ja ok aber wirklich wo bin ich ich kenne diesen ort nicht ich muss hilfe suchen und herausfinden was passiert ist gut aha aha hier ist eine hütte im haus da brennt licht vielleicht ist dort jemand vielleicht kann mir hier jemand helfen hola hola chica wow das ist finster bei der tür muss ein schalter sein okay hier oh ja kann ich die tür schließen weil ich habe kein bock telefon schmoren geht nicht telefon kaputt funktioniert nicht auch untersuchen ach das stinkt richtig wie heute ist das bock geht schon untersuchen alles total verträgt das was er daraus ok sollte ich nicht trinken wäre vielleicht gescheiter so ich bin wieder der coole ich bin 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 so geil schauen wir mal nachrichten was ist das ok ja seite seife ganz kurz die heutige entdeckung ist sensationell so zu beinhalten um die maschine zu aktivieren alles leicht verständlich dank der genauen zeichnung seit jahrzehnten versuchen wir ihre funktion herauszufinden und nun haben wir die antworten wir sind dabei das buch zu übersetzen erscheint von entfernten vorfahren geschrieben worden zu sagen aha wir haben das buch durch zufall in einem verschütten raum gefunden in den raum befanden sich auch viele metallteile die schärfe aber selber technologie ok 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 gut super kann ich das mitnehmen nö telefon funktioniert nicht tür lässt sich nicht öffnen ich kann mich hier hoch ja die later ist kaputt war kann ich nicht irgendwas herumschieben kann ich ich bin der coole vielleicht brauche ich noch eine later den zweiten teil der later lass mich mal kurz gucken hier in dem schuppen oder nah hier man schauen wir mal hier hin aber ich drücke immer falsch ich bin der coole da ist es jetzt ein blödsinn oder ja da ist er kann ich ich kann ich das nicht irgendwie gebildet komm schon ich kann eu hoch springen normalerweise jumping in the usa und bin oben ja gut ich ich wüsste jetzt nicht was ich machen sollte ich denke ich gehe einfach weiter naja da ist die later kaputt ja ich keine ahnung ich gehe einfach weiter was soll ich großartig tun ernsthaft jetzt keine möglichkeit ja sie ist ja noch eine hütte ja schmarrn ich meine normalerweise sollte eine kaputte leiter mich nicht aufhalten können ganz ehrlich jetzt daher da steige ich auf dem herd und und jump ume und so na also war wirklich schwach ich habe keine ahnung ob ich das jetzt richtig mache ob sie sehen da hinten was so groß ist jetzt geht die party ab na ist zu ist auch zu ach zu ach zu eke bitte das kann doch nicht alle hütten zu sein was ist denn da los er speichert er speichert das ist nichts das glaube ich heißt nichts gutes oder hier das ist die eingestützte hütte oder haas wo sie die teile gefunden haben ne vielleicht finde ich auch noch ein teil ein geiles teil was war das was war das was ist das ich gehe okay wo ist das geräusch was 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 ist okay ich brauche jetzt um den weg zu beleuchten okay gut 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 da oben ist doch licht nein ich komme hier nicht weiter was ich ich das ich das geht nicht Da ist schon wieder das Tal. Oder? Aha. Da ist alles voll mit Blut. Wow, ich bin voll Sherlock Holmes. Also wenn das alles von einer Person ist, dann ist sie tot. So ist's. Ach komm, ich komm nirgends wo rein. Das ist doch lästig. Ja, ich glaub. Was? Gott. Leiter nehmen. Ja, geil, wir haben eine Leiter. Hammer. Okay, aber gibt's denn noch was? Ich fahr euch wieder blöd herumrennen. Wo hab ich jetzt die Leiter? Einfach so mal einstecken, ne? In der Leggends, natürlich. Ich find den Weg nie wieder zurück. Ich weiss nicht, wie ich nach Hause komm. Mami. Ich renne durch den Wald, denn mir ist kalt. Hey. Dieser Weg wird kein leichter sein. Jetzt geben wir aber Gas. Kein Bock auf den Pleizen. Brauch endlich die Action, weißt du? Ich hoffe, da kommt noch Action. Ah. Ah. so habe ich die tür offen lassen kann gut möglich sein oh mein gott was ist los was ist hier passiert das kann ein menschen so etwas antun das blut ist noch frisch oh mein gott keine spur von organen gewebe ok nur noch knochen der untersuchen was zum trinken gib mir das ja die kerze ich bin voll scherlock voll der scherlock kerze brennt noch muss vor kurzem es passiert sein was ist das alien kopf was eine abbildung scheiße ist so finster hier ist eine notiz die sprache in der das buch geschrieben wurde wurde vorher noch nie dokumentiert mit ihrer komplexität noch schreibstil kanalogen verfolgen und hatten wurden anders geschrieben die zeichnungen sind jedoch einfacher zu interpretieren wenn man schon nicht viel details verraten die machine erscheint von arm beginn der zahl zu existieren oh skala war was war das für ein kiel roh ist okay was war das für ein kiel roh ist Hat der sich jetzt bewegt? Wenn das nicht so finster wäre, würde ich gar einen Screenshot machen. Oh mein Gott! Hä? Warum bist du grün? Was kann ich denn auf diese Art und Weise getötet haben? Ja, da hinten ist eine Höhle. Okay, egal, ich habe einen Schlüssel gekriegt. Aber ich frage mich, warum du grün bist. Hm, war dann kurz, so. So, ich glaube, ich hoffe, es gibt ein gutes Bild. Nein, für das war es nicht. Vielleicht für hier. Nein, für drinnen. Für oben. Ich weiß ja nicht, welche Tür. Was war da? Bücher. Nein. Oh mein Gott, für was war denn der Schlüssel jetzt? Habe ich hier schon probiert? Nein, geht nicht. Ich schaue da jetzt rein. Ich bin voll egal. Aber ich komme da gar nicht dran. Doch, natürlich komme ich rein. Auf gar keinen Fall gehe ich da hinein. Das hast du da jetzt zu sagen. Doch, ich komme gar nicht dran. Hier wohl ein bisschen Action ging nicht. Okay, schauen wir schnell, schauen wir schnell. Schon wieder Tagebucheintrag. Schauen wir später. Die nächste Hütte. Ich glaube, für die nächste Hütte zieht der Schlüssel. Hier. Nicht der richtige Schlüssel. Okay, doch nicht die nächste Hütte. Wir gehen an die nächste Hütte. Okay. Hat sie es kehrt? Ich denke, irgendwas verfolgt mich. Irgendwas. Nein. Nö. Oben. Nein. Hä, woher kriege ich einen Schlüssel, der mir ganz passt? Letzte Hütte. Ich glaube, Hütten gibt es ja dann immer. Was ist da los? Was ist da los? Boah, Vögel. Was? Ich mag, dass sie jetzt nicht mehr spielen. Hat schon wieder so ein Psycho-Touch. Ah, ich finde es geil. Es wird schon echt finster. Ich lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh, please. Lass das der Schlüssel für die blutige Tür sein. Oh, fuck. Ja, natürlich. Da soll ich jetzt rein? Okay. Ich mach wieder hinter mir zu. Hinter mir zu machen. Mach zu. Geht nicht. Geht, geht nicht. Was? Scheiße. Ich hör doch immer, irgendwas verfolgt mich hier. Ich darf das gar nicht nehmen. Oh, geil. Wir haben Licht. Läuft. Okay, wenn sie eingeschalten ist, sieht man mich besser. Wie kann ich sie ab? Okay, okay. Ypsilon. Wuscht, ich brauche es. Ich... Nö, 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 nö. Kein Bock, kein Bock. Oh, was ist das? Okay. Zum Glück konnten wir ihn verstecken. Einer von uns wurde schwer verletzt. Schwer verletzt? Er hat alles Blut verloren, was geht. Vielleicht lässt er es nicht überleben. Was wir sahen? Furchterlich. Ja, gut, gut, gut. Oh Gott. Mein Handy läutet. Mein Handy läutet. Oh mein Gott. Wer ruft an? Gut, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und immer brav sein. Tschüssi. Tschüssi. i